Howard ist ein brillanter Mann. Und er ist nicht nur der Boss, er ist ein Freund. Er hat sein Kind verloren. Jetzt ist es ihm egal, ob er alles andere auch verliert. Er schreibt Briefe. An wen? Zeit, Liebe, Tod. Ich führe Gespräche. Der Tod kam zuerst. Sie setzte sich im Park zu mir. Der Tod ist eine Sie. Und dir gefällt's auch, ich bin sicher. Erinnerst du dich an mich? Ich bin die Zeit. Du hast mir geschrieben, weil du mich brauchst. Ich bin die Liebe. Ich bin alles, was zählt im Leben. Du musst mit ihnen reden, Howard. Fordere sie heraus. Lass dich auf sie ein. Liebe ist alles, was zählt. Ich hab dich gespürt. Jeden Tag, wenn sie lachte. Und du hast mir das Herz gebrochen. Es geht bald etwas mit dir vor. Sie ist deine Verbindung zu allem, was existiert. Du bist doch nicht hier, um mich zu rollen. Nein, Howard. Ich möchte mit dir mit dem Zug fahren. Ich möchte mit dir mit mir über die Idee ausprobieren. Vielen Dank.